Wirklich genial, super Stimme hier in Neuchâtel und einfach ein unglaubliches Gefühl. Einmalig, schöner Wirt, halb schöner Wirt, wie du gesagt hast, ich war hier. Super, 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 merci vielmal an alle. Und ja, wir hatten es gesehen, riesenfeig gewesen, gerade der erste Einsatz, unglaublich knapp. Und dann schlussendlich haben wir das Ding nach Hause gebracht. Nein, es ist einfach ein super Gefühl, unbeschreiblich wirklich. So wie immer, wieder ein Jahr, einmalig hier. Und natürlich, der Sieg jetzt am Schluss gegen Lausanne. Speziell, aber einfach super, ja. Wir sind hier recht spontan, schauen jetzt erst die Siegerehrung und alles schön beenden. Und dann geht es sicher weiter, was passiert, werden wir sehen.